Josef Weinheber, die Hausfrau und das Mädchen. Marie, ich bitte Sie auf den Knien, ziehen Sie mir nicht so närrisch an die Jalousien, Sie reißen mir die Fensterstöcke heraus. Und heute Nachmittag bleiben Sie zu Hause und putzen Messing, schauen Sie die Schnallen an. Wer man nicht ständig hinterher sein kann, verdreckt das Haus ganz doll. Beim Herren drin ist ein Chaos, der Papierkopf platzt vor Mist. Der Lurch ist schon zu dick, dass man ihn riecht. Na, und von der Küche reden wir erst nicht. Papier und Fetzeln, Mürteln in der Speis, das Schneidbrett pickt. Wir kriegen am Ende noch Mäus. Und hundertmal schon hab ich Ihnen gesagt, dass man am Küchenherd ein Hauball tragt. Erst gestern zum Mittag, pfui, Teufel, war im Reisfleisch so ein Enstrom langes Haar. Wir sind doch nur zwei Leute. Das wär nicht schlecht, wenn da nicht alles am Schnürl gehen möchtet. Die halbe Woche sind's mir irritiert davon, wer sie am Sonntag ausführen wird. Die halbe Woche nachher träumen's dann, wie stimmungsvoll es war beim Kadermann. Natürlich geht die Wirtschaft da zugrund. Sie sind noch jung. Was ich weiß, gesund. Ich bitt sie aufdenken, ihm bemühen sie sich. Das Mädchen, abgehend, die Gnädige glaubt, rein, ich bin der Viech.